und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten tag ich hoffe ihr hört mich wunderbar ihr hört mich ja ich sehe gerade dass ich glaube ich den screen noch mehr angeschaut haben nein ja wunderbar 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 ich bin mal wieder ganz fleißig unterwegs hier aber jetzt sollte es passen wunderbar 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 hier siehst ja die kämpfung sehen alle und ja ich würde sagen wir starten instant rein das ganze ist von karton er hat mario bros wunder ist wunderbar hochgeladen heute oder für mich bis gestern ich nehme das ganze mitten in der nacht auf weil warum nicht lasst mir einen kommentar check gerne die ganze leute ab dem tendu gerne auch mich den hauptkanal pito und david david mit ae aka david und ja ich würde sagen let's go und damit auch an alle pido gaming zuschauern herzliches hört ihr es kommen hier zum ersten part von super mario bros wunderbar ok dem tendu liebt crocs aber das wissen wir wie geht es nicht versteht schade aber ihr werdet irgendwann verstehen man nein man man ich ich habe noch nichts ich habe noch nichts zu zeigen karton wir müssen etwas ändern wir müssen unbedingt eine szene finden wir müssen auch unbedingt eine szene dafür finden karton es ist ganz wichtig dass wir dafür eine szene finden ganz ganz wichtig wir müssen eine szene finden das elefanten item ist das mit abstand beste item in ganz super mario bros wunder ich ich sage es gibt kein besseres item als ein elefant ihr habt den elefant und ihr seid unbesiegbar ich sage der freunde wenn ihr irgendein item habt nehmt den elefanten der ist einfach und mäßig ach bekommt man immer wenn man das level abschließt noch meinen sammeln o mein gooo o mein gott ich suche hier gefühlt eine halbe ewigkeit nach der scheiße das freut mich aber und was ist mit euch glaubt ihr an mich nein ich glaub nicht an dich nein ok aber das war das war voraussichtlich es ist ja es ist voraussichtlich das genauffene das genauffene wie die das genauffene wie dann ein leichter ein abo glück aktivieren und gehen einen kommentar schreiben und weiter geht's Prozent Prozent Mark Schuhl ist wenn man nicht an Prozent da okay das war schon das Seemst acht Minuten genau knapp fünf Minuten Aufnahme die ich jetzt hatte ja wie gesagt lasst mir sehr gerne ein Like da lasst mir auch sehr sehr gerne ein Abo da drück die Glocke um nichts mehr zu verpassen check wie gesagt die anderen aus Domtendo, Pytho, Davids mein Hauptgaral wäre auch sehr schön wenn ihr den abcheckt und ja und viel mehr kann ich nicht sagen außer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis dahin und Ciao Ciao, Eier Kame Tenlo